so meine lieben da sind wir wieder und zwar heute mit tektonika ein ja ein aufbau automatisierungs adventure und da gehen wir heute mal rein ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut schon ein bisschen gespielt das heißt damit ich nicht ganz so verloren durch die gegend laufe aber wir wollen damit eine kleine neue journey anfangen eine kleine neue reise mit einem anderen spiel außerhalb von battlefield was natürlich weiterlaufen wird und ja dann gehen wir doch mal auf neues spiel und schauen was es uns bringt dass das spiel an sich ist sehr es ist ein kurs nicht aber es ist du hast keine gegner du hast keine enemies oder sonstiges keine feinde keine kreaturen oder so sondern da sind wir doch melden sie sich beim arzt wegen unbekannt ok dann gehen wir doch mal zum arzt wegen unbekannt so also wir haben unten eine leiste mit zwei oder zwei leisten besser gesagt in der wir unser inventar haben was wir bei uns tragen und dann haben wir oben noch eine leiste das ist die map genau auf m dann haben wir p unser stromnetz tab das ist unser herstellungs fenster was wir aus dem rucksack betreiben können plus was wir hier im inventar im rucksack auch schon haben ansonsten herstellen können wir noch nichts j haben wir das ist unser journey unser tagebuch und dann haben wir noch l und das ist das logbuch da sind einfach dann alles was die jetzt gerade zum beispiel gequasselt hat wenn wir dort sehen und b ist eine datenbank archivierte anfragen da haben wir nichts drin ok so das hier ist ein kleiner einblick in was möglich ist das heißt man sieht dort drüben zum beispiel verschiedene mineralien kupfer und eisen hier sind dann die hat die gerätschaften dafür die abbau geräte hier vorne sind wir auch ein paar greifer wie die funktionieren und dann haben wir förderbänder öfen zum brennen kleine lagebehälter man kann auch kreuzungen bauen bei den förderbändern und verschiedene arten von greifbarmen lange kurze schnelle ja ich weiß gar nicht ob man in dem raum auch irgendwie reinkommt wäre natürlich cool weil man könnte die sachen dann direkt mit nutzen ok aber schon erstmal ok so da haben wir schon mal was naja dass man sich einzeln nehmen muss kann man eine steuerung und rechte maustaste und dann wird das automatisch hinzugefügt ansonsten kann man die sachen natürlich auch einzeln wählen mit shift und rechte maustaste teilt man die oder mit shift und linke maustaste das funktioniert auch hier die nehmen uns geschütztes gebiet dann erkennen wir nämlich zum beispiel auch dort bauen können oder nicht da nicht wir kommen nicht ein und man sieht auch unter dem oberen oder unter der oberen leiste was wir damit abbauen grad kalt stein wenn wir jetzt abdrücken aber hier kalt stein 100 ok den brauchen nämlich auch eigentlich brauchen wir alles so denken wir uns mal raus hier hier bekommen wir boden und kalt stein alles weg schön alles einzeln damit wir auch alles mitnehmen ja ich gehe schon ich verlasse die facility sei doch nicht so ok noch ein bisschen kalkstein mit geschütztes gebiet und dann gehen wir heraus hallo welt ok machen wir schauen wir uns an auch hier noch mal drauf pflanzenmaterial hier oben direkt pflanzenmaterial ist eigentlich der rohstoff der alles antreibt den brauchen wir um maschinen laufen zu lassen es gibt verschiedene möglichkeiten die abzufarmen es gibt dann auch später andere qualitäten von diesem pflanzenmaterial naja dann rinder aber sieht schon schön aus ne so diese pflanzen können wir auch abbauen machen jetzt aber erstmal nicht schon erst mal noch ein bisschen steinchen hier kalkstein und wir gehen zum ausrufezeichen oder sind kisten 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 wir gehen erst mehr hin so reparatur wir brauchen eisenerz und kupfererz die rote schrift hier ist ein bisschen blöd gemacht finde ich mit dem dunkel lila blau hintergrund also wir brauchen eisenerz und kupfer machen wir deswegen wohl wollten wir wo die kiste haben wir ja das ist noch eine kiste ok nehmen uns doch auch mittler alles meins hat keinen anderer anspruch drauf man kann das übrigens auch im koop spielen mit bis zu vier leuten aber ich kann mir erst mal alleine rum das sind die forschungs kerne mit denen kann man später ja forschen ich kann jetzt mal tab machen warum was hat er da entdeckt hier das kann ich jetzt auch herstellen da würde ich eisenbrauch das bleibt halt immer da solange man nicht reingeguckt hat was natürlich auch ein bisschen nervig ist so erzförderer platzieren den haben wir in der produktion ich muss den erst mal herstellen dazu haben wir eisenrahmen und eisen bauteile wir machen 12 so und unten rechts wenn sie jetzt hergestellt und dann erscheinen sie im inventar und wenn direkt auf platz zwei in der schnell leiste gedrückt und dann können wir zwei drücken so drehen können wir die ganze spaß mit r wie rotate klingt logisch und dann müssen die an die wand gebaut werden wichtig ist man muss sich überlegen wo die ausgänge sind und auch eingänge je nachdem also das sind beides denn da müssen noch greifarme hin wenn man die jetzt blöd an die wand bauen oder hier dann sind die natürlich versperrt und wir können nichts mehr dran setzen und das wollen wir nicht also machen wir erst mal einen hier hin genau symbol ist eigentlich eindeutig wir brauchen jetzt ja benzin und das benzin ist eben dieses organische material wir wollen jetzt aber nur die hälfte nehmen das haben wir rein und dann fängt der gute an zu arbeiten und wild und wild und wild und dann sehen wir hier bekommen wir das erz raus das bleibt jetzt auch erst mal in ihm gelagert weil wir ja nichts haben was ihn ja automatisch rausholen kann und unten links sehen wir natürlich erzförderer da sind wir wie viel material wir noch drin haben wie viel benzin wir drin haben ja so ich soll aber drei erzförderer platzieren das heißt ich muss auf jeden fall noch ein bauen und wir brauchten ja auch kupfer und das sehen wir hier hier und hier ist eigentlich hier ich glaube nicht nur da ist keins dahinter wir können übrigens auch mit der axt hier dran arbeiten vielleicht machen wir das auch erst mal dann haben wir jetzt schon mal dieses erz dieses kupfer man kann auch schneller laufen fast hingefallen automatisch speichern ist an ja jetzt holen wir uns das metall raus und dann gehen wir jetzt einfach mal ab obwohl wir nur ein so ein ding gebaut haben reparieren das mal hier anlockt so und jetzt zum upgraden vom nächsten terminal oder von diesem terminal entschuldigung brauchen wir nicht mehr nur das erz sondern barren von den materialen so was haben wir denn noch genau forschungs kerne mit diesen forschungs kernen das gerne habe ich jetzt schon gebaut weil ich gerade gesehen hatte damit können wir sachen scannen und lernen darüber dann und ich glaube man muss umso mehr scannen damit man natürlich auch verschiedene sachen noch kennen lernt oder rezepte und solche sachen genau wenn man solche kaputten sachen scannt kommt man auch im schritt im fortschritt weiter und kann dann solche sachen auch bauen man muss sie halt erst mal lernen schneller greifer ich brauche noch irgendwo einen schnellen greifer zum lernen weil kann man das ja auch ein upgrade modul hier standen ja auch noch so sagen ja dann hier ist noch einer okay so t soll ich mache ja ich drücke doch schon schmelzofen wir haben gelernt aber können noch nicht bauen wir brauchen für den schmelzofen diese roten punkte die wir eingesammelt haben diese kugel dieser forschungskugeln diese also die wir jetzt gelernt haben und wir müssen sie einfach erst mal herstellen ich werde jetzt ja machen wir mal so okay und noch ein so ein denn ist das hier alles so ein bisschen eben mäßig ja okay kann man sich auskennen ja so dann werde ich hier nämlich jetzt auch noch ein hinsetzen sondern wenn wir hier gucken so wir brauchen eindeutig mehr hier ist ja noch mehr von dem dingern du bist was neues also wir brauchen auf jeden fall erst mal rohstoff hier da will ich nicht sein wir brauchen nämlich treibstoff 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 damit wir unsere kleinen öfchen auch laufen lassen können mit davon auch pflanzenmaterial wenn wir die weg machen nein ok so wir haben jetzt solche kerne gebaut die bauen wir einfach mal mit hierhin gleich direkt würde ich sagen wir haben noch fünf ich wollte gern noch ein bisschen noch da oben drauf setzen aber naja jetzt kann ich komme ich da noch dran kann ich die noch drauf setzen kann ich nicht warum kann ich nicht warum geht das jetzt nicht jetzt hat es ein bisschen gelegt jetzt haben wir die erst mal alle hingestellt und jetzt könnte man mit diesen 13 sachen neue dinge lernen aber wir haben bloß den ofen den machen wir jetzt so den haben wir gelernt genau damit könnten wir das metall dann umschmelzen warum ich da jetzt auch nicht auf die ja nicht noch mehr herstellen blödsinnig er braucht auch benzin wird ganz schön schnell verbraucht wir brauchen mehr davon viel mehr viel mehr gibt es mir gibt 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 einmal so im kreis laufen ja das ist mir schon klar junge dame ich weiß dass ich da noch eine hinbauen muss aber ich mache nicht alles was du sagst also nicht gleich zumindest mach ich ja auch noch ein bisschen so mein stuff wir sind ja freie lebewesen habe ich gehört und hier ist ja keiner und du bist nur ein roboter hast du nichts zu sagen kriege ich das ja kriegende hydra unten links sieht man wie ich wie ich sie abbauen wie viel da noch zu tun ist so die sachen wachsen übrigens nicht nach also muss man hier tatsächlich auch so ein bisschen gut und überlegt handeln denn die vegetation wächst wirklich nicht nach man muss später selber dafür sorgen dass diese sachen hergestellt werden und da ist der ganze trick dahinter das auch irgendwie so automatisieren zu können dass man keine rohstoff knappheit hat so aber wir haben ja auch noch immer keinen kupfer wir müssen hier erst mal ein bisschen platz schaffen dass die komisch alles das ist ja nicht alles gerade das mögen wir nicht so das kann man wieder scannen und kann man hier noch immer skinnen gut wo bauen wir es dann erst mal hin ich würde sagen wir nehmen die seite da kann man das bestimmt auch nach oben machen so dich bauen wir so und dich so viel gesammelt haben wir mal rein dann stellen wir einfach erst mal genügend kupfer hierzu hier arbeitet auch noch so 240 der wird ja bald voll sein und jetzt brauchen wir einen ofen 1234 bei euch zwei hier und zwei unten und hier kann auch mal sortieren und sonst kann man jetzt nichts weiter könnte hier noch mal obwohl ich habe ja noch nichts weiter was ich jetzt herstellen könnte kommt noch so jetzt haben wir hier die schmelzen die machen wir es so aber so so und so gut da auch noch direkt ein gegenüber ja nach ihr wollt auch wieder nein ich wollte es nicht alles da rein die hälfte und hier hat er auch die 250 nach den steine das gefühl die steine wachsen nach aber die pflanzen nicht die machen wir auch noch weg auch wenn du schön aussiehst weg damit kann ich nicht kennen tatsächlich dann brauchen wir hier das blöde loch was ich da eingetämmert habe jetzt brauchen wir hier auch zwei schmelzen das ist zu nah ich will ja dass dazwischen dann kann ich den rasen weg machen also 123 es müsste hier sein ich will ja auch noch dann sowas wie ein förderband dazwischen haben müsste so klassen oder das passt jetzt nicht ganz okay lösch modus mit f und dann maus drücken dann kann man nämlich dinge auch wieder löschen und bekommt sie ins inventar zurück um sie dementsprechend neu zu platzieren nur auch 250 und du kriegst auch 250 und jetzt brauchen wir das erz wir haben da die hälfte rein und hier die andere hälfte so die machen jetzt erz der buddelt noch der buddelt auch noch und jetzt haben wir euch nämlich auch der ist tatsächlich 250 und dann ist schluss also 250 und bei dir die 209 jetzt machen die mir erst mal diese dingens die barren genau da ich habe ich hier noch mal ein ich komme trotzdem da oben dran wir geben die eigentlich mehr als die normalen pflanzen man weiß es nicht was bist du denn also du bist eine lampe aber was bist du okay ja ich weiß nicht was ihr hier gemacht habt also ganz ehrlich das müsst ihr schon selber wissen was hier hier gemacht habt da kann ich nichts genaues dazu sagen ich hoffe ihr habt keinen unfug gemacht nicht dass hier irgendwelche bösen sachen kommen aber wir wissen ja schon dass keine bösen sachen kommen also es gibt noch keine muss wohl bemerkt ja aber es kann natürlich sein dass in zukunft man weiß ja nicht was sich die entwickler so denken ja vielleicht noch kreaturen mit kommen vielleicht kann man auch welche behalten züchten ja man weiß es nicht hier ist aber auch das ist erz heißt man könnte auch da oben denn was bauen so dann nehmen wir uns doch mal 30 hier und 30 hier die fauna mache ich ganz schön kaputt was haben wir hier war ich auch noch nicht kalt stein okay dann machen wir das noch mal ebenerdig hier so gut wie dann könnte man ja hier jetzt auch noch direkt kalt stein abbauen ist natürlich auch nicht blöd dann muss ich das nicht mit der achs weg machen du kommst auch noch weg sollte relativ gerade sein dann bauen wir uns hier auch noch 12 muss kalt stein gebrannt werden ich weiß es nicht das so team immer gibt es mir so warum geht er da hinten nicht man weiß es nicht so und dann wieder etwas platz lassen genau und dann haben wir hier auch 500 rein und hier auch 500 dann macht ihr jetzt kalk ich darf euch bloß nicht vergessen dass ich euch hier oben hingestellt habe kommt her mein pflanzen material abgebaut so hier ist der dunkel wir gehen einfach mal kurz hier im kreis wenn die da abbauen oh so er hat das weg hallo lü 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 untersuchung und was braucht ihr achso das reparier ding wo wir jetzt gerade sowieso schon dran rumbauen das muss gemacht werden ich hoffentlich verlaufe ich mich jetzt hier mal einfach nicht so ne ah ok ne ist in ordnung gut ist du rotes erz oder so ne ne und dann holen wir uns erstmal hier noch zack zack bitte geben sie mir es was ich möchte ich möchte ihre pflanzen materialien haben ich möchte alle ihre pflanzen materialien haben und denke ich nicht kaputt machen was war das ok ja gut das spiel ist halt noch early ist das da kann sowas nun mal passieren also wir können uns jetzt ein paar barren rausholen hier haben wir jetzt auch 45 45 das heißt 68 und 90 dann können wir jetzt an die maschine gehen und abstehen achso ich muss die noch rein tun haben wir gemacht schön was brauchen wir jetzt ja wir brauchen wieder diese barren für der bänder für der bänder greifarme und behälter new technology and crafting schematics available ok hier ok förder bänder greifarm behälter hier können wir noch solche rohstoffe herstellen also wir brauchen container greifarme eisenbarren und bänder dann würde ich ja sagen erstmal wir machen zwei container und dann machen wir mal alle greifarme wir brauchen rohstoffe dafür dass wir die wieder herstellen können das heißt ich nehme hier nochmal wieder was raus und hier auch was raus und beim kupfer auch dann schnell nochmal rohstoff und die machen nicht warum machen die nicht acht der braucht wie das stimmt die die brauchen ja das habe ich vergessen das habe ich beim eisen jetzt auch nicht gemacht ne das ganz klar sehe da das x bedeutet er hat keinen rohstoff mehr würde ich sagen richtig und hier müssen wir neues pflanzen material eingeben kann man hier aber auch gleich nochmal machen so das kriegst du und du kriegst auch gleich nochmal der hat noch 166 der noch 140 okay das müssen wir die erstmal bauen lassen und wir können jetzt äh noch ein paar laufbänder würde ich jetzt machen oh da da war der rohstoff plötzlich wieder alle okay dann gucken wir uns den spaß mal an also greifarme haben wir fünf stück drehen die pfeile zeigen die arbeitsrichtung aus ok und dasselbe bei den förderbändern ne ich bin nicht dahin ja wie macht man das jetzt ich brauche erstmal auch ich brauche auch greifarme die das wieder rein holen so ihr übergebt ihr euch nicht also ihr braucht tatsächlich die förderbänder ne ihr seid mir vielleicht welche ok ok den hier machen wir wieder weg im selben spaß muss ich bei euch machen aha die können die nicht reinnehmen weil erst wenn das da leer ist okay verstanden haben wir verstanden so wir nehmen uns gleich wieder ein bisschen eisen raus wir auch ihr macht das dann jetzt erst mal hier schön und hier holen uns kupfer raus und hier auch dass wir noch mal eine brauche ich meine jetzt einfach mal greif arme ein haben war der gibt daraus und der gibt daran gut hier ist es natürlich jetzt ein bisschen blöd weil die weiter auseinander sind das heißt du da raus und du da rein mit den förderbändern muss ich jetzt so machen weil ihr einfach zu weit auseinander seit aber was wir jetzt gleich versuchen können ist ein längeres förderband mal bis hierhin wenn wir dann noch eine maschine hinstellen machen wir bis da und wir haben das so eine box genau nein nein ich wollte das und ihr macht dann da seht ihr die habe ich jetzt verkehrt umgebaut deswegen muss ich sie mit er drehen sollen die die raus und bringen sie hier rein und dann kann ich die sache nicht hier immer abholen und muss sie nicht daraus abholen ok der hat noch treibstoff der hat noch treibstoff der hat auch noch aber nicht mehr so viel haben wir so die anderen 250 auch da ein gut okay das damit sich da drin schön 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 grundvoraussetzungen haben wir schon mal ein bisschen geschaffen 340 221 ok hier 250 noch mal rein und hier auch noch mal 250 sein und dasselbe machen wir jetzt hier auch ja wie weit geht das das geht bis da und mache ich hier dann auch ein förderband an du bringst es da rein du bringst es da raus und du auch läuft doch wir haben schon mal unsere erste kleine bauaktion unsere ersten kleinen automatisierungen und das ist doch gut damit können wir dann nachher die zwei container noch mit herstellen obwohl die kann ich ja jetzt schon mal herstellen und eine kugel können wir eigentlich hier aha 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 was ist das ermöglicht massensammlung von wirtschaftsgütern ermöglicht massenzerstörung von wirtschaftsgütern massensachen wollen erstmal nicht erzförderer logistik doppelte reichweite gegenüber dem standard modell ja aber den können wir nicht herstellen tempo erhöht das gehen und die sprint geschwindigkeit 25 ok da können wir jetzt aber erst mal nichts machen das bleibt erst mal so liegt da noch mehr davon schade ich dachte hier ist noch was aber auf jeden fall hier hat einer gepennt schützt das gebiet warum der da geschlagen hat möchte ich jetzt auch gern wissen komischer mann oder frau oder was auch immer so ok wir sehen der ist ein bisschen geht alles zu schnell er kommt nicht hinterher er kommt nicht hinterher aber er macht das schon ich könnte jetzt noch einen zweiten machen und hier sohn aber das lassen wir erstmal die rohstoffe dafür wollen wir jetzt mal noch nicht verbrauchen wird hier genauso aussehen ja richtig so wir müssen sowieso jetzt noch ein paar sachen herstellen wie viel brauchen wir davon 45 das geht sehr schnell weg das hätte ich mal jetzt nicht dort 45 4 greifarme brauchen wir brauchen wieder etwas metall also der braucht kupfer und metall also muss man doch noch mal ein bisschen kupfer holen auch gibt mir den kupfer 12 kann ich das eigentlich auch einsammeln ja okay dann kann ich das bei dem metall auch schnell noch machen dann haben wir nämlich schon mal auch die greifarme so dann müssten wir ja gleich vier stück haben so upgrade terminal dädem sage ich dann nur tier unlocked so komplett abgecredet ah trianguliert lebenszeichen lebenszeichen ach das ist dieser raum da hinten okay das wäre dann natürlich der nächste schritt dahin zu gehen hier haben jetzt noch genug rohstoff drin hier auch er hat 175 hier machen wir einfach mal noch ein bisschen rein gucken wir unten auch gleich noch mal 286 285 347 ok da ist überall genügend drin ja also das ist erstmal der erste eindruck vom spiel wir haben was geschafft wir haben was erreicht und ich denke das wird es für die erste folge gewesen sein sieht schon schön aus wie komme ich an diese pflanzensachen da oben an naja gut okay das wenn wir vermutlich in der nächsten folge machen genauso wie das ausrufezeichen das wird auch für uns in der nächsten folge dran kommen dann danke fürs schauen vom video lasst gerne ja ein abo da daumen nach oben schreibt mir gerne unter das video und vielleicht spielt ihr das spiel ja auch gibt mir gerne ein paar tipps informationen oder falls ihr informationen braucht gebe ich die euch gerne auch und vielleicht kann man ja auch mal zusammen dieses spiel spielen dann war's das von meiner seite ich danke euch auf wiedersehen